Hallo meine lieben Freunde und Willkommen zu einer neuen Session Splinter Cell Blacklist im Koop mit Melvin und Tobi. Jawoll. Mein Mikro steht scheiße, aber sonst können wir anfangen, wenn Tobi auf Brett drückt. Nö. Das war schade. Das war schade, weil du es bist. Drei, zwei, eins. So, wir spielen Kovin-Mission, glaube ich. Stimmt das? Jo. Erste Mission, Opium-Farm. Provinz, Fadiab, Afghanistan. Oh, das hübsch. Nicht rein labern. Die Wachen sind auf das Dorf und die Opium-Felder verteilt. Ihr müsst sie vollständig ausschalten. Die Einheimischen kümmern sich um den Rest. Gibt es Vorgaben? Sei leise. Die haben im Notfall innerhalb von Minuten Verstärkung vor Ort. Und das wäre unschön. Benimm dich, Tobi. Feind neutralisiert. War da gerade ein Hund irgendwo? Ich hoffe, ich habe... Weiß nicht, aber da ist ein Typ, den wir mitnehmen müssen, glaube ich. Steht von uns weg. Von uns weg? Ich sehe nichts. Bist du mit hier hochgekommen, oder? Ne, du bist noch unten. Okay, warte, dann lass mich einmal hier oben kurz gucken, was hier los ist. Oh, da rennen zwei Typen. Scheiße. Gesellschaft. Jetzt markiere den Fichser. Danke. Komm her. Okay, ich habe einen. Ich habe Aufmerksamkeit attraktet. Kriegst du den? Einen habe ich. Sag mal, hör auf mich zu sehen. Nice. Du wirst... Gar nichts bin ich. Denk dran, direkt vor dir irgendwo ist der... Ja, ich weiß. Oh. Ist auch da. Fuck, ähm... Kriegst du den gesniped, den ich markiert habe? Warte. Ich muss erst den Einfangtyp einfangen, dann bin ich... Könne ich ihn snipen. Aber ja, ich kriege ihn von hier. Ich muss nur erst den Einfangtyp aus dem Weg räumen. Irgendwie... Scheiße. Dreh dich nicht um, dreh dich nicht um, sehr gut. Warte, hast du ihn jetzt schon? Ich habe ihn gleich, warte. So lange der andere mich nicht sieht. Klappt das. Scheiße, Bittertyp, überhaupt nicht gedeckt. Ich bin volles Tageslicht. Das läuft bis jetzt ganz gut. Kam schon. Okay. Ich habe noch einen. So, einer ist immer noch... Ja, nee! Dann auch die unschöne Art. Scheiße, ich bin aufgeflogen. Ja, ich nicht. Also, weil immer, wenn ich jetzt... Immer, wenn ich jetzt schieße, sehen die mich. Wenn die wissen, dass wir da sind. Boah, wozu benutze ich denn Schlafgas? Damit die mich alle sehen, oder was? Wir wollen doch alle verarschen hier. So, zwölf noch. Boah, was war das für ein geiler Move. Wollten wir nicht auch mal Kraftmager machen irgendwann? Da ist, glaube ich, ein Datenpaket irgendwo. Ich suche das mal. Ja, du, ich habe hier gerade andere Probleme. Ich sehe nämlich ziemlich tot aus. Ja, warte, du kriegst gleich Deckung. Komm mal zu mir. Wow, da ist ein Fetter mit Schild. Ich vermute. Scheiße, komm mal da hin. Kann man ihn so viel aufsetzen? Ja, kann man. Aber das werde ich nicht beim Fetten machen. Hey, du stimmst jetzt. Obwohl, dann können wir wenigstens noch mal von vorne anfangen. Nein, ich mache den Fetten jetzt so tot. Ich bin Chris also nicht tot. Schieß. Mach ihn tot. Jetzt. Ich habe ihn nicht getroffen. Aber ich. Fünf gegnerische Einheiten. Ich stehe unter den Schuss. Aufstehen und weiter nach Break. Ziel ausgeschaltet. Hab dich. Zack. Da oben ist ein Datenpaket. Ich hole mir das mal eben kurz. Ich schiebe da Feuer. Oh, da ist ein Dicker. Die Map ist voll geil gemacht, Rubi. Was hast du das verkackt hier? Der wollte nicht beim Schlafgas einschlafen. Dann lass dich einfach noch mal schlafen. Nee, wir machen das jetzt so durch. Noch drei Gegner. Gleich haben wir es. Einer von sich auf dem Radar. Äh, ich fange mal den Typ ein. Den wir einfangen sollen. Okay, Chris, den hat noch einen gefangen. Der liegt hier irgendwo zwischen den Leichen. Da. Sehr gut. Buff. Verstanden. Wir packen ihn sofort ein. Zwei Gegner. Nicht herkommen. Sieht aus, als sei nur noch ein Gegner übrig. Da vorne ist irgendwas markiert. Ja, ich weiß. Das ist der Typ. Ist das, weil das Ziel ist? Nicht schießen, nicht schießen. Nicht, weil den Knackkacken ist. Warte, bist du nicht. Ziel erfüllt. Ah, nee, ist die Zone. Ah, okay. Das ist noch wie ein Conviction. Ja, das ist schon das gute alte Conviction-Prinzip, ne? Dann sind wir jetzt wieder wenigstens death unterwegs. Und dann ist wahrscheinlich, sind die nur Koop-Missionen auch die richtige Koop-Missionen. Also die klassischen mit Story. Ja, genau. Das ist wie... Du Penner, ey. Tritt die Tür ein. Das war das Erste, was ich gelesen habe. Und Türen habe ich gedrückt. Gar nicht klatsch gemacht. Der Tunnel ist okay. Keine Tauchanzüge nötig. Gut zu wissen. Gab nicht viele andere Optionen. Also, was ist das für ein Ort? So eine Art Drogenfabrik. Sie pflanzen, verarbeiten und verpacken vor Ort. Dann verschießen sie das Endprodukt. Weniger riesig. Drogen. Wir können die Schritte besser kontrollieren. Netz. Wird Zeit, dass wir den Laden in den Ruin treiben. So, kann man es auch nennen. Vorsicht, Jungs. Ihr seid jetzt nah dran. Aber das ist cool gemacht, dass die Abschnitte diesmal quasi eine eigene Story haben. Okay, da vorne gibt es gleich Waffen. Und es ist cool gemacht, dass sie die Story erklärt, während man durch den Gang läuft. Ja. Wenn es Absicht war. Das ist ziemlich sicher Absicht. Okay, jetzt möchte ich die Soziale auf. Oh, Miene. Oh, das ist vorher ernst. Es ist gerade dunkel geworden. Ups, nicht mit Laser. Warte, 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 warte. Okay. Kommt einer hoch? Glaube ich. Ich glaube, der hat einen Helm auf, oder? Ja. Den kriege ich im Nahkampf. Weiter hinten ein Snapper. Hab ihn. Das ist geil. Man kann diesmal, wenn man schon von oben steht, muss man nicht erst an der Kante stehen, um die irgendwie so zu nutzen. Da hinten ist ein Sniper. Pass auf. Ich muss mal. Okay, jetzt habe ich ihn. Weg. Scheiße, da ist noch einer mit Deckung. Da unten ist ein Dicker. Der hat gemerkt, dass ich jemanden gekillt habe. Glaube ich. Auf jeden Fall sprintet er irgendwo hin. Er sprintet weg. Ja, er sprintet hoch. Wenn ich Glück habe, guckt er gleich zu mir. Dann kann ich ihm ins Gesicht schießen. Nein, alles gut. Da muss ich mich in den Nahkampf nehmen. Da muss ich nicht reinkommen. Oder so. So kann man das natürlich auch machen. Ja, wenn er mich schon anguckt und still hält. Okay, da vorne ist ein PDA. Ich versuche das mal zu holen. Oh, hier muss man ja aufpassen, dass man nicht auf eine Mine raufspringt, wenn man irgendwo runter springt. Hast du die Story mal weitergespielt? Ich habe die Story noch nicht weitergespielt. Achso. Ich bin nämlich gerade... Der Rechts ist ein Gena. Auch in deinem Level. Aber wie steht man mal durchspielen jetzt? Das ist der dritte. Okay, da oben ist ein Laptop. Und da ist noch ein Gegner, der hinter uns oder rechts von uns ist. Kriegst du den? Hinter uns oder rechts von uns? Rechts von uns. Das ist ein Sniper. Achso, ja. Ein Sniper? Der ist da auch noch, da oben. Da kommt zumindest ein Laserpointer und den ich markiert habe. Ah ja, ich sehe es. Ich versuche irgendwie... Der steht aber da hinter der Wand. Da muss ich irgendwo anders hin. Oh, weil ich... Oh! Ich bin direkt vor seiner Nase vorbeigelaufen und der hat es nicht gepeilt. Was geht denn bei Ihnen? Nein! Ich bin aufgeflogen. Nooo! Nooo! Gibtst du mir Deckung? Blindgranate! What the fuck? Bist du das da vorne? Nein, das bist nicht du. Das ist ein anderer Splinter-Setter da vorne steht. Das ist blöd. So, aber ich habe ja meine Zweitwaffe. Die funktioniert. So, die können noch von vorne kommen. Schönes Spiel. Kommt her, Freunde. Oh, ich bin gegeiselt. Das war ein Digger. Gegeiselt ist auch ein schönes Wort. Ja, ist das dein Ernst? Scheiße, ich bin gleich tot. Du, ich... Du musst mich entgeiseln. Ich bin gleich ziemlich hinüber. Wo stehst du? Direkt unter dir. Da stehst du beschissen, aber sagst du ihm das nicht. Ich bin wichtig. Werde ich. Hab ich. Ah, ich habe ihn. Ich bin tot. Was ist die tot? Eeeh. No. Ah, fuck. Dann geht es immer noch nicht, sich gegenseitig zu reanimieren. Okay, fuck. Die Gegner kommen da doch hoch am Anfang. Okay, das probiere ich nicht nochmal aus. Oh, ich wollte die Tür noch gar nicht aufmachen. Das wollte ich. So, wieso diesmal ohne Fail? Ja, den Scheiß von eben mach ich nicht nochmal. Fast durch die Mine gerannt, ey. Wie war es mit ohne Fail? Der Sniper ist weg. Blödsinn hier tolte. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Der ist erledigt. Ziel ausgeschaltet. Ah, ah, ah. Kann ich nicht mehr in die Nähe kommen? Das kann sein. Geil. Du kannst den Gegner tragen, dann sind die Minen deaktiviert. Mö. Ich habe meinen Minenschutz dabei. Du solltest dir vielleicht überlegen, dass du mit Typen auf der Schulter jemanden angreifen kannst. Doch, ich kann die Typen werfen. Tobi, das ist ein hammermäßiger Angriff. Das geht. Wenn du die mit dem Typen bewirfst, dann kippen die um und du kannst sie im Nachkampf nehmen. Hast du das noch nie probiert? Wirst du hinter mir? Ja, okay. Ja. Ja, da oben ist aber ein Sniper. Ich werfe meinen Typen hier schon weg. Mann. Okay, hast du ihn? Sehr gut. Okay, pass auf. Da unten rennt einer mit einer Rüstung und... Okay. So geht's auch. Der mit der Rüstung steht da immer noch. Fünf Gegner, dann ist der Hauptschädter. Bist du ein Locktum? Es knallt immer so schön. Du. Hey, der kommt bestimmt hoch. Hallo? Lass mich hier hoch. Oder nicht? Ne. Da war Gewitter. Gewitter? So. Ich snipe mit meiner normalen Waffe. Tobi, das ist sehr gut, habe ich mir gesagt. Oh, oh. Ich habe nicht getroffen. Uff. Ich wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt. Hä? Herkommt. Sofort herkommt. Ja, ne. Ist klar. Oh, fuck. Shotgun. Schotti. Ja, ich kann nicht wieder zu dir. Ich konnte nur von der einen Seite der Wand klettern. Auf der anderen ist gemeinsam klettern. Ich konnte nicht wieder zurück. Was habe ich jetzt eingeschaltet? Das Richtige. So, ich habe Kundschaft hier. Möchtest du mir machen? Komm schon. Oh, das ist ein Glitterseil. Stirb. Danke. Ich renne hier einfach schießend durch die Gegend, ne? Ich auto fünf lebende Gegner. Da ist er. Fuck. Ich glaube, ich nehme gleich. Sandgranate, da ist er. Ich bin gegeiselt. Oh, da waren zwei dicke. Wie wärst du nochmal Granaten? Äh, G. Äh, Controller weiß ich nicht. Nicht gefunden. Ich bin fast tot. Okay. Don't move. Hinter dir. Hinter mir? Wo? Ach da. Im Abschnitt ist noch ein Gegner. Im Abschnitt sind zwei Gegner. Ich sehe sie genau vor mir. Wobei es sind Überwachungskameras? Sieht aus, als er an alle Gegner bekämpft, Grimm. Bestätigt. Hulte euch daraus. Wir sehen uns an Bord. Gute Arbeit, Männer. Das war ja nicht gut, aber selten. Warte mal entspannt. Wie lange haben wir gebraucht? Nicht lang. Also, habe ich gehört, noch eine Mission? Mhm. Diesmal war besser. Oh ja. Ich glaube, ich nehme nur mein Scharfschützengewehr mit. Und als Erstwaffe nehme ich irgendeine Ungedämpfte, die richtig, richtig Bums hat. Die richtig rumbumst. Solange das Scharfschützengewehr nicht so viel Leim macht, ist es ja okay. Das ist ja ungedämpft. Äh, ist ja gedämpft. Okay. Ungedämpft. Neutralisiere Waffenschmuggler, die den Hafen für ihre Geschäfte verwenden. Erwarte Verstärkung, wenn du entdeckt wirst. Ich habe knapp zwei Millionen. Noch nicht ganz. Eins, sieben. Ich habe auch eins, sieben. So. Du sagst Bescheid, wenn du soweit bist. Pistole. Welche Waffe macht denn am meisten? Das musst du nicht mich fragen. Was sagt denn das Shadow Net so? Die D50. Charlies Bericht. Besorge das Datenpaket auf der Botschaft. Vier E-Missionen. Wie auch immer das funktioniert. Offizier des Tages. Schließe eine technische Herausforderung ab, um 30 Punkte zu erreichen. Locher. Okay. Ich glaube, die kann nicht mehr als meine gedämpfte. Na ja, doch. 30 Kopfschmerzen ist man sie, ne, wirklich nicht. Mach eine. An so Leute warten. Ja, 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 ja. Okay. Ich nehme jetzt einen, der gar keinen Schaden macht. Ich kann eine Herausforderung eigentlich dir geben, irgendwie. So, Battlefield-like. Ja, ich sehe das gerade. Wie geht denn das? Ähm. Nein, ich renne auf Zeit, sondern... Privates Anwesen. Was ist denn privates Anwesen? Nee, das will ich jetzt nicht. Oh, er ist soweit. Auf geht's. Fischmarkt. Eben war es eine Opiumfarm, jetzt ist ein Fischmarkt. Das wird immer besser. Ja, das kämen wir ja aus Hamburg, ne? Der gute alte Fischmarkt. Warum beleuchten die eigentlich den Himmel? Du bist laut. Weil sie es können. Das ist wie in hier... Ähm. Hast du gehört? Mhm. Hauptsache Gegenwind. Sonst riechen die Sam. Tu, du sollst dich sogar meinen zu mir. Sind das echt zwei Dicke? Nee. Das wird noch ein dritter. Den kannst du in den Körper schießen, dann sterben die. Da ist noch einer. Okay. Den? Mhm. Oh, hier geht's hoch. Da geht ich doch mal hoch. Immer wenn's hoch geht, geh ich hoch. Oh, du hast ihn schon früher entdeckt als ich. Tobi, du bist intelligent. Die Glocke geht sich durch die Tür nicht durch, war so klar. Das ist nicht schön. Ich will hier was machen können. Ich will da hoch jetzt. Kann ich hier was machen? Ich kann... Ich hätte Leuten auf den Kopf springen können, Tobi. Ich war schneller. Ich... Dann musst du dich beeilen. Mensch. Ja, ja, ja. Was ist hier? Mensch, Mensch. Hier sind abgeschlossene Räumlichkeiten. Oh, da ist ein Gegnerz. Da war ein Gegnerz. Ich sag nichts. Da. Da hinten war auch ein Gegnerz. Ich seh die Gegnerz da immer vorbeirennen. Ich renne mal hier längst, ne? Höh, was war das denn gerade? Sollte das... Das war jetzt eine Aufforderung für mich, dass ich da nicht mehr längst gehen soll? Oder was heißt das? Wieso, was war denn da? Die Kamera dreht sich, ja. Ja, das ist... Ende... Ah, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Dach. Doch. Dächer ist aber schön, ne? Oh mein Gott. Wow. Ich hätte es sonst noch gerettet. Stehen da plötzlich zwei Typen vor mir. Das ist ziemlich dicker, glaube ich. Ja, ist es. Boah, Sam ist so sportlich. Sportlich? Sportlich? Sportlich. Dicci, guckst du in meine Richtung? Ja. Guckst du, guckst du, guckst du. Okay, den muss ich noch weiter verfolgen. Welche Redung geht er? Jetzt guckt er weg, ey. Nein, nicht. Ich hab' einen Laptop gefunden. Hab' ich eigentlich schon jemand geklärt, dem wir einfangen sollten? Ne. Klar, noch keine Meldung. Ich bin so gut heute. Hammer, Tobi. Oh, hier ist so scheiße viel los. Das ist echt anstrengend. Oh, Dicci kommt. Fuck, zu weit weg. Ich hoffe, ich kann da überhaupt durchschießen. Bestimmt. Steuerung halten, um gemeinsam Aushalten anzufordern. Ne. Dafür nicht genug Gegner, hat's markiert. Sagt er mir gerade. Dann müssen wir Markierungen tauschen, weil ich hab' zu viele Gegner markiert. Kannst du den Gegner direkt vor dir markieren? Direkt vor mir. Direkt vor mir. Warte, warte, warte. Warte. Hier fehlt immer noch einer. Komm, ein Stay. Und Stay. Jetzt haben wir alle fünf markiert. Ich krieg die beiden hier, nicht mehr. Ich kann ihn, wenn er hier gleich gut steht, so nehmen. Warte mal. Ich krieg' einen bei mir. Ich hab' einen. Maximal. Warte mal, ich nehm' die jetzt so auseinander. Scheiße. Oh, er guckt her. Lass die Fluss nicht erwischen. Fuck. Fuck. Wieso ging das daneben? Yeah. Wir wollen schon mehr. Ich rette dich mal. Ich rette dich mal, ne? Hier ist ein Hund. Fack dich, Hund. Oh, scheiße. Stirb, Hund. Makarov, zeig, was du kannst. Mini-Waffe. Meine Spritzel. Hund. Oh, ha, ha, ha. Ha, ha. Gut, ich hab' voll gewohnt eine gegeben. Du musst nachladen, Junge. Und schießen. Einfach draufschießen. Ey, wo bist du? Ja, ich verbüte. Lass dich bloß nicht entdecken. Komm, ich werde dich mal wieder. Ich kann dir erste Hilfe gebrauchen. Ich kann dir erste Hilfe gebrauchen. Wo steht der scheiß Typ? Ich komm gleich zu dir. Keine Angst, ich komm noch zu dir. Los, keine Panik auf der Titanic. Achtung, Brandgranate. Komm zu dir, wo bist du? Äh, da hinten. Komm mal, sind da irgendwelche Gegner? Nö. Okay, komm mal her. Okay, das sah geil aus. Danke für die Hilfe. Wenn man die Scheibe hier zu schießt. Lol. So, ich weiß, woher ist. Komm mir die Tür auf. Ja. Ah, da komm mal rüber. Den will ich umlaufen. Ey, meine Waffe ist leer. Deswegen bin ich eben gestorben. Oh, wo sagt mir das denn keiner? Er rennt und sprintet. Ich sprinte ihm entgegen. Oh, fick dich. Ich will ihn nur ablenken. Hast du ihn? Das war der letzte von Ihnen. Weiter zum nächsten Abschnitt. Oh, ich liebe die Animation in diesem Spiel. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Automatisch feuern, sehr gut. Nicht schießen. Hier ist einer zum Anfang. Sogar das Gewicht wurde exakt abgestimmt. Unser Fisch etwas ist, das man überall verkauft. Können Sie überall hin Waffen verkaufen. Okay. Sind hier die... Ne, wo sind denn die Waffen? Nicht auftreten, das sind gleich... Rechts ist ein Gegner, der dich gehört hat. Echt? Wo sind die Waffenkisten? Komm, nach vorne. Aber die Gegner sind... Dann können uns die Gegner auch nicht hören, oder? Echt? In Conviction konnten sie das nicht. Hier konnten sie es. Hallo? KI? Heftiger. Okay. So weit, so gut. Da vorne steht einer. Okay, ich bin dunkel. Oder auch nicht. Sehr schön. So, da rechts steht einer. Wo steht denn der? Da steht er. Da steht aber noch einer. Jetzt hat einer das mitbekommen. Sehr gut, ich hätte das auch mitnehmen können. So, da vorne steht gleich einer, den wir mitnehmen müssen. Irgendwo. Der nicht sterben darf. Ich sehe ziemlich viele Laser. Habe ich das Gefühl. Ist nicht gut. Oh ja, ich sehe mindestens drei Laser. Ja, und ich weiß, wie man oben auf dieses Haus raufkommt. Ich warte auf dich. Komm mal her. Ja, warte. Ich will einmal kurz gucken, was hier so los ist. Aufkanaken. Ja gut. Ich wollte sehr gerne aufkanaken. Ich habe alle markiert, bis auf... Scheiße, da oben steht noch mehr. Ich habe den Sniper markiert. Ey, du hast den Typen aufgeschreckt. Das war der zum Einfang, du Idiot. Doch, war er. Es kam kein Hauptschild tot. Nee, ich weiß. Aber das Ding über seinem Kopf, wo ein Fang stand, ist weg. Du bist ein Holz. Äh, bei mir war das schon. Was, wer hat mich gesehen? Du bist ein Holz. Wer zum Teufel hat mich gesehen? Wir haben gerade sowohl den Bonus verloren, als auch den anderen Bonus, als auch den Hund, der jetzt hier ist. Ziel ausgeschattet. Irgendein Sniper dachte sich, er könnte... Könnte doch mal so tun, als hätte er mich gesehen. Ach, Hund! Nicht reinlaufen. Dann sollst du alles in die Luft jagen. Oh mein Gott, ich werde von hinten beschossen, ich bin tot. Ich habe gerade voll Punkte gesammelt. Toll! Ich bin gestorben und ins Wasser gefallen. Tobi! Jetzt war ich ganz tot. Mann, du. Oh, wir dürfen wieder von drinnen starten. Doch, schon. Okay, bevor du den abschießt, warte. Ne, ich mache erst mal die Tür wieder zu. Geht mir der jetzt hin. Okay, der hat das nicht mitbekommen. Dann hat nichts. Feind neutralisieren. Kriegst du den, der markiert ist? Ja. Danke. So. Und diesmal warte, dann markiere ich den, der als Hauptziel markiert ist. Also, bei mir. Markiere ich den für dich. So, wollen wir jetzt da links hacken, äh, Dings oder hier oben, oder? Ja, dann kommen wir hier hin. Okay, aber dann markiere ich einmal kurz den Typen zum Einfangen und dann... Ja. Zum Einfangen ist doch... Oh, ja, genau. Ich komme zu dir, Moment. Bereit, wenn du es bist. Bereit, wenn du es bist. Ich warte auf dich. In Ordnung, vorwärts. Klunk. Was war ich von dort hin? Noch einmal gemeinsam aufbrechen? Nee. Oh. Wir haben den Ort des Geschehens im Blick. Verstanden. Gemeinsam, gemeinsam aufbrechen. Nein. Du kannst mit hier kommen. Mit hierher kommen, glaube ich. Oh, doch nicht. Hä, ich komme da runter. Scheiße. Wer hat diese Map designt? Das ist doch nicht der Herr. Warte, bis die Wachen näher kommen, dann macht eine Kugel die halbe Arbeit. Kannst du den Sniper da oben ausschalten? Da steht einer direkt daneben. Zwei Sniper, das ist doof. Die müssen wir so per Nahkampf nehmen. Nein, müssen wir nicht. Okay. Du darfst jetzt nur nicht irgendwo rauskommen. Was? Man kann nicht durch die Zwischenräume im Baum schießen. Ja. Da würde ich hin. Okay, ich schieße noch keinen ab. Dann gehe ich erst mal näher ran. Warte, von hier aus müsste ich den bekommen. Scheiße, du bist aufgeflogen, Tobi. Na, okay. Da. Nee. Nee. Bei wem? Bei dem, der gerade zu dir hin gerannt ist. Jetzt bin ich aufgeflogen, weil ich versuche, dich zu retten. Bei mir war keiner. Ich weiß, weil das zu dir hingelaufen ist. Ich bin tot. Ja. Ja, bei mir war keiner. Ich weiß, dass bei dir keiner war. Der ist ja auch gerade zu dir hingelaufen. Ich wollte ihn auf dem Weg abfangen, aber dabei wurde ich gesehen. Die sind da schon durch die Gegend gesprintet. Oh, das ist echt kacke. Dass du durch den Baum nicht durchschießen kannst. Also nicht durch die Äste durch. Sondern wenn da zwei Äste sind, kannst du nicht zwischen den beiden Ästen durchschießen. Okay, ich komme nicht durch die Tür. Heftige Lage. Ich komme nicht durch die Tür. Ich kriege die Tür nicht zu. Tobi, du sollst die Tür nicht zu kriegen. Drei auf einmal, Jo. Geht los. Den musst du kriegen, der markiert ist. Der weiß, dass du da bist. Und er rennt jetzt auf dich zu. Und es wissen noch mehr, dass du da bist. Och, Leute. Waren es alle? Alle in diesem Bereich. Also alle, die was von uns wollten? Ich glaube, nein. Der Typ, der einfängt, hat auch so ein rotes Ding um sich herum. Naja, weiß es nicht. Wir haben den Ort des Geschehens im Blick. Okay, noch nicht schießen. Dann versuche ich erst mal irgendwie durchzukommen. Wir sehen ihn. Graham, was transportiert der Gabelstapler? Ähm. Dachte ich mir. Hast du diese Schockpistole dabei? Hast du die Schockpistole? Warte mal kurz, ich habe eine viel bessere Idee. Wenn ja, würde ich sagen, du schockst den Typen, während ich den anderen noch höre. Warte, 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 lass mich wieder zurück. Ich habe eine viel bessere Idee. Okay, du schockst den Typen, ich töte den anderen. Nein, ich bin zu hoch. Man darf nicht zu hoch, das ist kacke. Den Typen selbst soll ich kriegen. Warte mal kurz, steht da irgendwas drumherum? Kommt einer. Warten. Von wo? Das Gespräch ist, das Gespräch ist gleich vorbei, komm her. Ich bin soweit. Drei. Du fängst an. Warte, er geht weg. Triss ihn? Warte, ich brauche eine Prüfung. Dann würde ich jetzt anfangen, dann ziehe runter. Von hier aus kriege ich ihn. Warte, doch nicht. Jetzt. Drei. Warte, warte, warte. Zwei. Eins. Der sich gerade bewegt. Okay, jetzt nochmal. Drei, zwei, eins. Ich bin aufgeflogen. Wer hat dich gesehen? Der Sniper hat die Drohne gesehen. Ja. Echt? Okay, von rechts kommen welche. Okay, dann. Verbarrikadieren wir uns hier. Hund. Bock nicht. Hab ihn. Okay, da kommt ein Hund, der ist häufig zu. Auf geht's. Ja, ich weiß. Ah, ist äußerst beschissen. Ich hab einen Hund. Ah, fuck. So ein Starter. Scheiße. Ich hatte gehofft, ich hatte ja die Drohne ausgewählt und keine Brandkarnaden mehr. Ist sowieso besser, wenn wir ohne gesehen werden durchkommen. Dann krieg mir mal einen nicht gesehen werden Bonus. Die Musik war auch gerade aus Convection. Hehe. Wir haben mal Kameras und alles. Mit Schlafgas. Warte mal. Mir fällt gerade auf, ich hab so ein Tür-Spreng-Ding dabei. Glaub ich. Okay. Ah. Scheiße, lass mich nicht durch. Komm nicht durch. Fuck. Was macht er denn hier? Ja, komm mal, komm mal, komm mal, komm. Okay. Hör durch. Nicht heil. Warte mal hin. Ich versuch, so viel es geht im Nahkampf mitzunehmen. Aber das ist gerade ziemlich schwer, weil hier abartig viele sind. Und pass auf, hier stehen wieder zwei dicht beieinander. Drei dicht beieinander. Ich wollt warten, bis die auseinander gehen. Was hab ich so für ein Geräusch im Hintergrund? Da hab ich dabei. Auch schön. Schlafgas. Schlafgas. Scheiße, wie bricht man das ab? B. Okay, 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 okay. Ich stehe jetzt noch nachher zu. Ziel ist neutralisiert. Okay, ich hab's gekriegt. Ich dachte, du hast hier schon alle weggemacht, deswegen. Ich hab ihn noch dran. Christian, retten oder soll ich den nehmen? Das ist nicht witzig. Scheiße. Ach, ich sehe ihn. Ich hab ihn. Boah, war das knapp. Die Frage ist jetzt, wer ihn hatte, aber okay. Ich weiß nicht, wer ihn hatte, aber wir haben beide drauf geballert. Oh, war das eng. Hier. Tür. Oder ist noch irgendwo? Weiß ich nicht, warte mal kurz. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die Drohne auswählen und einmal Gegner markieren. Hallo. Schaffen wir es? Achso, die Armbrust ist auf der Seite. Okay, der Typ selbst ist markiert. Äh, der Typ. Den brauchen wir noch. Oh, mein Ding. Oh, war das eng. So. Doch, es war eng, weil ich gesehen wurde. Du auch. Was? Nein, nein, nein. Ich wollte... Weg hier, weg. Komm, wir gehen durch die gemeinsame Aufbrechenseite. Die Gegner kommen jetzt zu der Seite. Du stehst bei mir hier einfach rum. Ich weiß nicht, ob wir eine Drohne hier rumfliegen. Tobi. Achso. War eine Sneaky-Drohne. Hihi. So, meine Drohne ist leer. Ja, nun. Kommt zum durchs gemeinsame Aufbrechen wegen. Okay, da vorne ist auch noch ein Paket, was wir mal in dem müssen. Nee, Tobi. Andere Seite. Klug. Was? 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 Frage ich, wie? Hund kommt hoch. Nicht? Hä, wo kommen die denn hin? Warte mal kurz. Da, wo wir eben waren. Irgendeiner muss es geschafft haben, das weiterzugeben. Oh, fuck. Kann ein Hund eine Drohne riechen? Nein, ne? Ich glaube nicht. Ich muss nachschlagen. Dein Ernst? Ich kann ihm auf den Kopf fliegen. Also, wenn du willst, kriege ich die Sniper auseinandergenommen. Sniper? So, was haben wir? Die stehen da gar nicht mehr. Ich wollte gesehen. Oh, das sind fetter. Nein, meine Drohne ist kaputt. Wir haben die komplette Aufmerksamkeit. Ja, ich habe ein paar Fässer gespürt. Hund. Oh, ich muss mal nach Hause, weil mal kurz. Vielleicht brauche ich mal irgendeine Schöne-Ganate, irgendeines Rums, sowas. Da ist einer vor dir. Unter die Landschaft. Oh, meine Waffe ist da leer. Scheiße. Meine Waffe ist leer und ich liege dir jetzt tot auf. Oh, Tobi. Läuft bei dir. Ich darf nachladen. Komm, wir zu dir. Oben rechts. Lauf runter. Oh, scheiße. Fuck. Ah, von hinten. Ich sehe nichts. Oh, halten die vier aus. Ich hole das Paket, falls es hier noch rumliegt. Yeah, jetzt bewerfe ich Gegner mit Gegner. Ich habe das Datenpaket. Au, au, au. 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 Lass mich werfen. Der war zu weit weg. Nee, ich bin gegenseitig. Das war ich. Oder ist eine Bombe geworfen. Oben für die halbe Map. So viel zur bessere KI. Das war einfach die Stadt da so schön. Oh, Gottchen. So, das nächste Mal schaffen wir das mal wieder. Stealthiger. So, diesmal haben wir eine ganze Menge Assault Kills, glaube ich. Yo. Oh, Mann. Yo. Ganz schön wieder Punkte. Für das Hall. Der Vorschein. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. So, Freunde, dann sehen wir uns im nächsten Let's Play. Bis dannchen. Tschödelü. Tschödelü.